moin pyros ist es 5 uhr 30 morgens ich war eben auf dem klo weil ich aufs klo musste habe die gelegenheit genutzt und mal geschaut ob ein prospekt online geht siehe da handelshof ist in der zeit online gekommen als ich vorhin noch geschlafen habe wir haben hier weko und komet wir haben hier handelshof 15 zwölfteiliges raketensortiment für 25 euro ja zu teuer brauche nichts zu sagen hacken sind natürlich geil fire fusion 110 schussbatterie 110 euro läuft bei euch ja wir haben hier ganz leichte fächerung drin aber lasst liegen pro schuss 1 euro ist absolut teuer aber wie gesagt das ist ein großhandel dann aber storm glider sieben schussbatterie für 23 euro daneben die sonic booster für 100 euro 92 schuss etwas weiter unterhalb haben wir die eskalation für 80 euro 101 schuss 90 sekunden brenndauer ja alles nichts besonderes die airdrop 27 99 für 56 schuss 65 sekunden brenndauer genau bisschen deko haben wir hier unten knicklichter sind die hier luft schlangen von denen hier oder shooter ein bisschen lampen die sehen sogar noch ganz cool aus finde ich da kommen wir auch schon auf seite drei denn das ist die letzte auf vier befindet sich hier nämlich nichts mehr nur noch ein bisschen deko wieder toll dankeschön dann ja haben wir hier ein bisschen tischfeuerwerk die party tischbomben schreck party jugendsortiment liegen lassen 150 knall erbsen 11 euro viel zu überteuert dann haben wir darunter die magical shots das sind römische lichter fünf stück mit jeweils 30 schuss ja 6 auf 50 viel zu viel kisten dafür hatte ich jetzt glaube ich schon ne bin mir jetzt nicht so sicher orientalischer feuerzauber das könnte auch liegen lassen das ist auch zu teuer ihr denkt jetzt vielleicht 55 teilige ja ja ihr habt hier ein bisschen jugendfeuerwerk und die einzelnen artikel die da drin werden einzeln gezählt und sonst wäre es natürlich schön smiley pack ja von 10 grad 1 zu teuer für 12 euro viel glück das sind die gold raketen würde ich jetzt noch bedingt eine kaufe empfehlung aussprechen das ist ein euro teurer als beim lidl und so weiter aber den euro den kann man noch verkraften anders als bei den ganzen anderen sachen die ja hier 56 euro oder dreifache kosten ja genau dann haben wir hier das legendary da bin ich glaube ich gerade noch nicht drauf eingang ich weiß es nicht wir mir fünf kleine raketen die waren nicht so prall ist seiden das sind nicht die aus dieser dragon serie denn die waren ganz gut für die kleine größte sechs kugelkopf raketen und hier oben haben wir dann noch mal 20 normale ja sie haben aber auch glaube ich alle zerleger hier oben aber der reihe bin ich mir nicht so sicher würde ich auf jeden fall nicht mitnehmen für den preis dann haben wir hier unten als letzten artikel noch mal kneipe bons vierer oder zwölfer set da würde ich mir wenn überhaupt dann das zwölfer nehmen ja habe ich das dreifache und sein oder das doppelte in anführungszeichen ja das war es dann auch schon wieder von dem prospekt wie gesagt ich bin nicht so genau eingegangen weil der preis einfach zu teuer ist und ja ich weiß dass es ein großhandel ist ja dann danke fürs zusehen abonniert doch meinen kanal schreibt mir eine positive bewertung oder eine negative unten rein liked oder dislike mein video teilt es gerne ja dann sehen wir uns im nächsten video wieder und ja falls du das jetzt noch siehst gleich wenn es online geht gute nacht ansonsten schönen tag noch ja 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 ja